Lebenstraumimmobilien 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 Grüß Gott und herzlich willkommen in Trudering, genauer gesagt im Bayouwarenpark. Mein Name ist Sebastian Hüber von Lebenstraumimmobilien. Sie sind auf der Suche nach einer modernen Gartenwohnung für Ihre Familie? Dann habe ich vielleicht was für Sie. Kommen Sie mit auf eine Besichtigung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wohnen direkt am Park. Wäre Da auch was für Sie? Gerne zeige ich Ihnen diese schöne Wohnung in einen persönlichen Besichtigungstermin. Ich freue mich auf Ihren Anruf.